Wir spielen mal gegeneinander, oder? Oh nein! Oh Mann Warte mal, wo bist du jetzt? Ich bin links Dann muss ich ja lernen, jetzt nach links zu rennen Ich nehme den hier Und den hier So Auch eine Kontrastfarbe TNT Catobra Du, das ist eklig Oh ja, komm Was? Moment, ich brauche hier noch Wo ist denn der? Da Der ist böse, oh ist der grimmig, den nehme ich Der ist böse Achso, jetzt kann man wieder Schuhe auswählen Irgendwie konnte ich vorhin keine Schuhe auswählen Glaub ich Zion Äh Was ist jetzt eigentlich? Ja, Runde Ja, kann ich nicht, du kannst Runde nur Warum auch immer So Wer auch immer Wer bin ich jetzt da? Rot? Blau? Schwanz? Grün? Schön, dass du dir gemerkt hast, welche Farbe du bist Keine Ahnung Das werde ich schon in dem Spiel rausfinden Rot bin ich sowieso Du hast nämlich den komischen Den Rapper Battle Das war ein scheiß Punkt Der war cool Der war gut, ja ja Ach shit ey Hinterm Korb ist das doof Hinterm Korb ist das doof Ach so Ach so Was ist das so? So? Ich steuer jeden Ich dachte da Oh Gott Ich weiß gar nicht, kann man wechseln zwischen den beiden Oh ey Muss ich erst mal hier quer denken Das ist äh Das ist nicht so mein Ding glaube ich Ich dachte ich muss mich nur auf einen konzentrieren Vor allem läuft der sich auch echt bescheuert frei Vor allem läuft der sich auch echt bescheuert frei Ja ja Ich brauche immer ein bisschen Lass wir mal am Laufen hier Ich komm gerade echt wieder nicht erst zurecht Ja Hat er sich am Arsch kratzt in dem Moment wo er da hochgesprungen ist? Ja weil er cool ist Ja weil er cool ist Ach komm Jetzt fällt er wieder zu dir Nein das ist jetzt nicht genug Tug Du 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 fakest doch hier grad nur ne? Ich komm echt nur zurecht Ich krieg das grad nicht gebacken dann auch den anderen gleich mit zu steuern Ok das war so eigne ja nicht geplant aber Okay das war so eigentlich nicht geplant aber Das hat ja irgendwie Ne Ich kriege ich natürlich Ist nicht so mein Ding glaube ich Na schau, anstatt dass ich gleich drück, renne ich erst mal wieder. Nein! Ich glaub ja auch mal einmal, darf ich auch mal einbleiben. Ja 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 ja. Na ja, gut, jetzt hast du den Dreh rausgehauen, ne? Nee, nee. Hör mal, was ist denn hier? Sind die störunfällig oder was? Schlimmer als die Leitung von der Telekom. Meine Güte, bin ich unfähig durch. Seh schon, meine Führung geht hier. Haus hoch flöten. Was mach ich denn? Ach komm! Was? Das fand ich nicht nett. Ach, oh mon. Was? Wie kannst du mir den so klauen nochmal? Alter Schwede! Er geht nicht mehr rein. Man! Hab doch noch irgendwie 10 Minuten rumgeknüppelt vor dem Korb da. So. 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 Ach, komm! So und das jetzt? Zeit abgelaufen. 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 Oh Gott, oh Gott. Das ist mir zu eng. Eng? Du bist mal in Führung. Was erzählst du da für einen Quatsch? Aber ich mach scheiße. Ja, ich auch. Oder ich nicht. Oder was? Oh, hinterm Korb, Mann. Oh Gott. Oh nein. 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 Kann man irgendwas zwischen den Spielern wechseln? Den holst du. Dass das aber auch immer wieder zu dir rollt, ne? Ey, du machst hier Punkt in Punkt gerade gut, ne? Ja, ich bin immer noch ewig weit weg. Du hast mich am Anfang einfach überrumpelt. Nein! Ich drück auch wie bescheuert einfach den Spurknopf. Du merkst ja, dass ich hinter dem blöden Korb bin. Oh, nö. Hier sind wir bei Dreier her. Oh Gott, die Kugel! Achso, ich hab den. Das gibt's doch nicht! Lass mich nicht aus der Ruhe bringen! Oh shit, vielleicht doch ein bisschen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mach nicht zu lang rum, hauen rein! Kaffeekränzchen! Oh, come on! Wuhuuuh! Ja, das ist immer noch deine Entfernung. Oh jei, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das darf ich mir nicht noch zwei Runden erlauben, sonst verlier ich hier mit einem Punkt. Boah, Alter, du sauer. Äh. Was? Ich muss doch sowas nicht. Ach, komm. Oh, je, je, was ist denn das hier? Jetzt haben wir. Jetzt ist doch ein Assi hier. Das war ein Krüppelball, du. Ach, come on. Was macht denn der jetzt? Jetzt drückt ich nichts mehr. Du hast Momentum, eindeutig. Ach so, jetzt hab ich wieder Momentum, ja? Eindeutig. Nein! Was hast du, Momentum? Hör mal auf hier. Wieso mach ich denn sowas? Oh, Mann! Ach, kacko mio. Was ist denn das für ne Scheiße schon wieder? Dann mach ich solche Scheißfehler. Ey, keine Ahnung, was du da machst, aber du klaust mir jedes Mal. Da kann man nicht blocken, die kann man nicht blocken. Ne, die kann man nicht blocken, glaube ich auch nicht. Hä? Ich dachte, ich hab den! Ne, ne. Ich renne da einfach schnurstracks weiter. Ich renne da einfach so. Ja, wie kann man blocken? Ja, wie kann man blocken? Ich bin blocken! Das gibt's doch nicht! Ich bin doch so unfähig hier, das gibt's doch echt nicht! Hui! Uiuiuiuiui! Ah shit! Darf ich ja auch mal wieder einen machen, Mensch! Du klaust ihn aber echt häuslich, Alter! Du hast gerade was zu sagen, du hast mir gerade drei oder so einem Stück geklaut! Also ich hab den! Ach shit! Mach doch nicht so lange! Um! Um! Hu! Zeit abgelaufen! So und trotz! Hä? Also! Ach Leute! Leute! Ei! Komm aber auch nicht ran, ne? Hervorragend! Dankeschön! Ich danke meiner Mutter und meinen Fans und allen, die mir zuschauen! Jetzt ist aber mal gut! Ja, hab ich! Time out! Ich kapier nicht, wie ich mich blocken kann! Ich schaff das nicht! Das ist dein Vorteil grad, mein Freund! Und ich krieg irgendwelche Knöpfe, die nicht passen rein! Naja, jetzt ist vorbei! Jetzt hab ich keine Lust mehr! Ich bin vor meiner KI block ganz gut manchmal! Ich bin vor meiner KI block ganz gut! Ja, ey! Einmal! Guck mal, wie viel Vorsprung du noch hast! Ja, mal locker! Können wir doch mal was! Hey! Keine Chance, ich krieg die nicht geklockt! Nö! 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 Die Luft ist raus! Kannst mich abschlachten! Ja, was denn? Das bringt jetzt auch nichts mehr! Das schaffe ich nicht wieder aufzuholen! Man muss ja auch schon mal realistisch sein, wenn man keine Chance mehr hat! Ich krieg den nicht gekrappt! Ich war vorm Korb, den ich ließ! Nö! Scheiß Kombi! Mach nicht so lange rum, mach den rein! Nö! Immer! Jo! Ach komm mal! Jo! Glück hab! Ach komm! Der war schön gespielt! Warum hat er mal ein bisschen ausweichlich gemacht hat? Ja! Das sah mir nichts schon aus! Falscher Knopf, falscher Knopf! Falscher Knopf. Naja, da wird jetzt mal Zeit zum Experimentieren. Hast du noch eine Minute 14 Zeit? Vielleicht findest du ja noch einen heitigen Grau. Nee, das ist zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Ich denke aber auch jedes Mal, dass ich den scheiß Ball habe. Ach so, schnell geht es nicht? Das hat jetzt mit schnell zu tun. Das hat was mit vorhin der Situation des Sichtfelds zu tun. Ja, schon wieder. Ich dachte, ich habe den. Na, komm. Wenigstens 80. Mein Ziel ist erreicht. Ich habe immer das Gefühl, da will immer das Kamehameha anschreien hier. Ich danke fürs Spielen. Das war ja über drei Quadrat sehr knapp. Nee, war es nie. Du warst immer 10, 15 Punkte Vorsprung. Das war noch nie knapp. Wir waren zwischenzeitlich mal auf 1 oder 3 Punkte zusammen. Du siehst es gerade auch schwarz auf weiß, ne? 27 zu 16, 24 zu 28, 26 zu 18, 30 zu 20. Du warst immer 15 Punkte mindestens vorne. Also erzähl doch nichts. Wollen wir noch eins gegen die KI machen? Von mir aus. Wollen wir noch eins gegen die KI? Und dann ist gut, glaube ich. So. Wollen wir die KI mal eins höher drehen? Nein. Nein? Wir haben doch nicht einmal gegen die KI gewonnen. Doch. Nein. Nicht? Wann denn? Wann? Du musst es weiterspielen, nicht gegen die KI. Nee, da haben sie uns innerhalb von einer Sekunde, letzte Sekunde haben sie uns noch reingedrückt. Okay. So, dann nehmen wir die Alaska Aces jetzt so. Jetzt hast du trotzdem eine höher gestellt, nur so nebenbei. Habe ich das? Ja. Äh. Moment mal. Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die gerade verändern kann. Jetzt wähl doch erstmal deine Figur, die du willst. Oh, ich nehme den hier. So, jetzt kann ich. Okay, wir sind jetzt wieder links nach rechts, oder? Ja. So, ich bin dann wieder rot, ne? Hier ist schon wieder scheiße los. Was ist denn das noch drin? Meine Güte, der Boden schaut aus wie geleckt, ne? Ich habe keine Ahnung. Was macht der da? Was macht der da? Weiß ich mir, der nervt. Ach man, ich kriege das Timing unter dem beschissenen Korb einfach nicht hin. Ach, falscher Knopf. Das kommt noch dazu. Nein. Nein. Irgendwann ist es aber nicht so drin hier. Nein. Hm. Und da fliegt er. Okay, also das ist auf jeden Fall mal die Promo-Arena, so wie es ausschaut. Scheinbar. So richtig mit Special Effects und so. Harme, Harme, Harme. Ja. Das ist, das hätte ich hier. So, du hast ihn, du hast ihn. Ach, geh her jetzt. Sag mal, wieso greift er da nicht einfach da vom Korb weg hier? Jihau. Ach du Scheiße. Ach, komm. So war das nicht. Was schreien du eigentlich immer, wenn man blockt? He-Man? He-Man? Keine Ahnung. Rebound. Rebound? Rebound. Das heißt, wenn du den Ball, dann... Also Rebound, weißt du, was das ist. Ja, ja. Ach so. Oh Gott. Nein. Das ist jetzt mal wieder so. Ich dachte, ich hab den. Du rennst schon los, denk mir, wo ist der Ball eigentlich? Schon voller Ball dann hochküpft. Oh komm, das war so ein schön verspielter hier. Und dann geht er nicht rein. Oh Gott, nein. Ach so. Wo bist du denn? Ich bin auch noch am Anspielstation. Ja, hat nicht geklappt. Hat besser geklappt. Hat noch viel besser, dass er da geklappt. Bei denen. Das war ein aufgehender Stern. Mhm. Du musst dir auch noch eine mitgeben, hier. Ich mach den immer lang rum. Jetzt werden hier die Baseballschläger aus. Komm mal hier. Boah, ist der böse. Nein. Warum blocken die denn den Magie? Ich würde mir wünschen, dass der mal ein bisschen schneller immer zu Protekompe vom Korb. Das hat das mir auch erwischt. Ja. Da hätte ich ja mal reingehen können. Das wäre wünschenswert gewesen. Das schaut traurig aus gerade. Ach was. Wir sind doch alles offen. Ich habe so den Eindruck, wenn man rankommt und fast in Führung geht, dann dreht die auf einmal wieder auf. Ja, habe ich jetzt auch das Gefühl. Das soll jetzt keine blöde Ausrede sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Ballern so ist ganz ausgereift. Ach so, da ist er noch heiß. Och, naja, okay, er war heiß. Was? Okay, der war gut. Hätte er nicht von uns sein können. Ne, ist so nass. Ach komm, die blocken alles ab, die kleinen Schlawiner. Boah, da habe ich mir nichts herausgekriegt, also mach ihn rein. Es geht nichts rein. Es geht einfach nichts rein. Es geht nichts rein. Du wolltest einen auf, auf, äh, herneres Schwierigkeitsplan machen. Ich war total sicher. Nur weil du, weil du mich schlägst. Das ist, das ist kein, kein Mist. Vor allem, wenn ich mich auf dich anstatt, dass ich, äh, auf mich schaue. Ja, ey, wie der Ball halt echt immer zur KI-Wunsch, äh, macht. Na, also. Ich habe immer noch zwei Ladungen. Ach, komm, du. Schakalamalaka, du. Oh, ah, shit, den habe ich. Das war nicht verabsichtigt. Sag mal, hier, ich greife den da, dreimal da weg hier. Und jedes Mal haben die den wieder. Hm. Ja, da kommt der Dieb geflogen. Es ist ja unfassbar. Lass uns ein Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ach, komm, ey. Magst du mal Scheidebälle, bitte? Ja, du bespielst ja auch viel besser. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Ja, toll, wenn keiner vom, vom Ding ist. Das ist auch nur Ausreden, ey. Ja, jetzt scheiß mich zahm, dass ich den nicht geblockt habe. Das wäre ja wohl das Mindeste jetzt mal gewesen. Ich meine, der wäre ja so vorhersehbar. Sag mal, hier. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung. Es ist so lang, bis du mal wieder einen reinmachst du. Vor allen Dingen, warum machst du den denn jetzt selber, wenn du so viel besser kannst? Ja, weil wenn ich ihn nicht mache, dann bin ich ja der Depp. Ja, eben. Hier. Da, drin. Das kann doch wohl nicht Wasser. Ich darf doch mal diesen Scheißball. Das ist sowohl nicht euer Ernst hier. Ja, hier, komm, nächster Versuch. Auf geht's. Das ist doch heiß. Das ist doch echt. Das ist doch voll gerade verarsche, oder? Ist das gut. Oh, 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 ich habe einmal hingekriegt. Ja, schau mal, da grinst du wie so ein Honigkuchenpferd immer. Meine Güte, ich bin die Mehl auf den Sack. Geh weg jetzt. Nice. Oh, komm. Okay, den dachte ich jetzt auch, dass ich den habe. Meine Güte. Ja. Da muss ich irgendwie gar nicht wirklich was drücken, wenn du den so zuwirfst. Oh, Gott. Ja! Kannst du mal den Ball bitte in den Händen behalten? Ich habe nur zwei davon. Nein, nicht so lange, Oma. Der hat nicht gegolten. Wie ist der? Der ist doch drin. Der Fackball hat nicht gegolten. Der ist doch drin. Es ist unfassbar. Es ist Schiebung. Die verarschen uns. Siehst du, jetzt kommen nämlich diese Pay-to-Win-Aspekte jetzt dazu. Werf 10 Euro in den Cash-Automaten ein und du gewinnst. Ja. Nein. Ja, genau. Volle Ladung. Richtig. Möpp, ey. Oh. Oh. Na komm, dann mach du jetzt so hier. So. So. Ich muss mich jetzt mal ein paar Punkte kriegen. Ja, ja. Weg, weg. So. Nächste. Und noch ein. Na, wir werden doch nicht wohl. Ich schätze mich nicht, wenn ich Bock hab. Oh Mann, große Fresse. Was ist denn da? Nicht mal gepflegt hier? Ja, nix da. Na ja, die dürfen auch mal einen machen. What? Ja, sag mal, was spinnen wir denn hier? Auf Zeit. Sag dich, der Klauten hier unterm Arme weg. Ja, echt mal. Oh. Okay, der war fies. Fies. Der war gut und fies. Kann der mal nicht zum Gegner rollen? Ja, hab ihn. Drin ist er. Weg da. Schön weggedrückt hier. Was willst du denn da hin? Jetzt war eine solche Linienrichterin, oder was? Linienrichter. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nihal. Oh Mann. Oh Mann. Hinterm Korb ist Locken scheiße. Nimm's als Weisheit. Da grinst du, die kleine Grinz. Oh nein. Nein. Oh, ich hab den ja. Ja, ich hab den dann zugepasst. Obwohl ich neben dir stand. Das war schlicky. Oh shit. Und da ist er drin. Da ist er drin. Und da ist er drin. Da ist er drin. Das war der typische Kunderball. Scheiße. Also ich kann's nicht erklären, aber seit wir das jetzt spielen, hab ich echt irgendwie so ein Verlangen nach Snickers. Ich weiß nicht warum. Wieso Snickers? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht erinnert mich dieser quere Schriftzug daran, da oben bei den Teams. Ich hab keinen Plan. Ich finde es ja interessant, was mir gerade so aufgefallen ist, dass die hier Corona-Wärmung machen hier, stay at home. Was? Wo? Ja doch, doch. Da stand es gerade auf der Bande, stay at home. Okay. Ist ja interessant. Naja, so ein Schriftzug ist schon eingestellt. Naja, schon, aber dass die, naja, egal. So, wir haben noch ein Spiel zu gewinnen. Auf geht's. Ja, jetzt kommen wir wieder ran, denke ich, mein Arsch versohlt, ne? Ach! Ja! Du bist hübbelig, glaube ich. Ich wüsste hübbelig, sobald wir mal um die Führung spielen, du. Ich kann doch... Laber doch nicht, ich kann doch nicht mehr als den Knopf drücken. Ja, da ist der Werfel. Ja gut, jetzt hab ich nicht auf die Uhr geguckt. Ja, das laute Biepen ist so ein Zeichen von... Zu spät. Ja, wir haben auch gut aufgeholt. Wir haben gut aufgeholt, eben. Also, das machen wir jetzt da. Ja, genau. Positiv denken. Oh Gott. Ah! Ich weiß nicht, mir kommt das manchmal echt so extrem unübersichtlich vor. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Dieser Fluch, ne? Wenn du so blöd lachst, viel Spaß. Ja, ne, ne. Ich fasse nur noch zu dir, weil da wissen wir, wir kriegen Punkte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es gibt's doch nicht, ich war doch am Ball. Da, nimm du. Ich mach keinen Ball mehr. Ich mach keinen Korb mehr. Keine Chance. Das war das Kugel. Das ist ein Spaß. Das ist ein Top Scorer werden. Natürlich! Das sind doch, das sind, das sind, das sind. Es gibt's doch nicht. Ja, nochmal. Das ist doch wohl ein Witz. Ich bin nicht amüsiert darüber. Ich bin gar nicht amüsiert. Verdammt. Eine Sekunde und wir hätten dann noch auf Zeit gespielt. Ich versteh's nicht. Es ist doch... Ich bin traurig. Ja. Das gibt's nicht, ey. Der macht ihn immer rein, ne? Freu dich doch, Mann! Ich freu mich ja, aber ich versteh's nicht. Na, das ist ja nicht immer. Loser. Das ist ja shit, ey. Oh, das gibt es nicht. Oh, ach du bist ja... Ja, verlier doch den Scheiß! Das gibt's! Ach komm, ey, du willst mich doch verkack eiern! Boah! Ey, wie der Ball aber auch immer zu dem Gegner wieder hinrollt und kommt und sich verfängt. Ja, griffst du jetzt drüber, hast doch echt gewusst, ey. Das ist locker 120 Punkte versaut. Ja, natürlich block doch mal den Scheißball! Hä? Nur für meine Genugnug. Ach, fick dich! Komm hier, noch mal, noch mal! Also, geht auf. Schau mal, zwei Versuche, das kann doch nicht sein hier! Ich bin enttäuscht! Ich, ich... Ich beiß gleich ins Mikro. Na wohl, bekommts Kommt, das ist noch ganz verloren hier Okay, das wird echt eng Nein, ich hab den Das wird eng, ne? Das wird eng, ja? Unmöglich, aber eng Ey, egal was man macht, das Ding geht zum Gegner Ja, ja Ja, schade, schade Oh Mann, ey Die Biermenschen haben gewonnen Ich versteh es einfach nicht Na gut Aber ich empfand es ja doch als sehr kurzweiliges Spiel Vielleicht sollten wir das irgendwann, wenn wir uns gebessert haben, nochmal für die Zuschauerschaft zu schaustellen, wie gut wir gewonnen sind Aber für den Moment hat es glaube ich keinen Wert Wow, das war jetzt eine Bankrotterklärung mir gegenüber, herzlichen Dank Hä? Nein, das habe ich so nicht sagen wollen Du darfst aber jetzt nur noch alle Körbe machen Egal wie es ist, wenn ich kurz davor bin, ich passe es wieder zu dir Na gut, dann gebe ich dir jetzt einen Korb Ist recht Wir haben keinen einzigen Dreier gemacht, ne? Nein, ich habe jetzt auch nichts mehr auf Dreier gespielt, weil... Außerdem hast du Dreier gemacht, zwei Stück Steht doch da, oder? Ne, wir waren links Ach, stimmt, richtig Achso, ich bin immer verwirrt, weil meiner so dunkelhäutig ist und ist der rechts, auch das rechts ist ja gar nicht deiner Das ist der Gegner Das ist der Gegner Du erkennst mich gar nicht mehr Ne, ah ah, irgendwie nicht Vor allen Dingen, was ich halt nicht verstehe Die ganze Statistik kann hinten... Achso, doch Rebounds, ne? Ne, die ganze Statistik kann doch hinten und vorne nicht passen Steals Haben wir 18, Gegner 4 Blocks 15 Gegner 3, Blocks verstehe ich noch, okay Rebounds 31 zu 31, dann hätten die uns noch nicht so abziehen dürfen Weil alles, was die vom Korb holen, ist ein Rebound Wenn die dann wieder am Ball sind und loslaufen Das heißt, die Rebound-Rate müsste bei denen eigentlich viel höher sein, damit sie mehr Punkte auch machen können Als wir, aber wir sind gleich Also, hä? Ich hab doch keine Ahnung Ich hab doch keine Ahnung, ich kenn mich doch mit amerikanischem Sport nicht aus Weißt du, ich weiß nur, dass das Ding in den Korb gehört und fertig aus Ja... Aber wir sind gute... Ne, auch nicht Ne, hat sich gedacht, okay, ist okay Sagen wir so, wir sind, ähm, wir sind für die Bots gutes, gutes Fischhutter Sooo, warte mal, das ist die Statistik für den Abo-Trader Ach Gott, okay, kann man meine holen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht Oh, die wär ja noch schlimmer Geht wahrscheinlich, ne? Ah, ah, steht nicht so aus Oder ist das rechte meine Statistik? Oder ist der Russell escorted einer? Mal sehen wir gleich, mach mal auf, 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 Ende Auf Gmiet Mach mal nochmal Jetzt will ich's wissen Scheiße, welches Team hatten wir? Äh, nicht die Biermänner Warte mal Weiter, 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 weiter Die dort hatten wir ja Sicher? Ne, die hatte ich vorhin, glaub ich Wir waren noch in Gelb Die hatte ich vorhin Die hatten wir Die Alaska Oder? Abo-Trader hatte ich, ja Ne, ich hatte nämlich Maverick Ham, äh, Ham, 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 Misi Also ne, war nicht meine Statistik Okay, da hat sich das Rätsel aufgelöst Na gut Okay, ähm Ich bin bei denen für den Moment Ich bin mal gespannt Also das Spiel scheint tatsächlich noch im Ali-Access zu sein Weil ansonsten gäbe es hier wahrscheinlich schon mehr Möglichkeiten Außer ein Quick-Game zu machen Ähm, nichtsdestotrotz, ich find's eigentlich ganz, ganz nett gemacht Also, klar ist es irgendwie kein Triple-A-Spiel Und kein hochtrabendes, ich möchte ein FIFA-Seins-Spiel Aber so für den Spaß zwischendurch eigentlich ganz gut Möchtest du nur irgendwas zusagen? Oder, 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 benden wir das? Ne, ich bin nicht im Korb im Körper machen Das war's Und, äh, Rebounden und überhaupt im Spiel Wie immer Gut, und dann, ähm Muss ich wohl doch dann nochmal irgendwas anderes aus meiner Steam-Liste raussuchen Vielleicht, ähm, funktioniert es ja besser Ich sag schon mal tschüss Gut, ich danke fürs Zuschauen, ähm Ausnahmsweise mal wieder ein Sportspiel bei uns im Angebot Und, ähm, ja, was es das nächste Mal gibt Das seht ihr dann, wenn ihr wieder einschaltet Bei Alles furchtbar kommentiert Wir sagen tschüss, macht's gut, bis dann Ciao, ciao